Die menschliche Spezies zeichnet sich durch eine ausgeprägte Sozialität aus. Mit anderen Worten, wir sind hochgradig soziale Wesen. Dafür bedarf es einer effizienten Interaktionsfähigkeit. Um diese zu gewährleisten und um gemeinsames Handeln zu koordinieren, nutzen wir zum einen natürlich die Sprache. Über diese können explizite Informationen ausgetauscht werden. Darüber hinaus nutzt der Mensch spezifische Fähigkeiten wie Empathie, Perspektivenübernahme und Mitgefühl, um auf die Emotionen und mentalen Zustände einer anderen Person schließen zu können und um mit diesen umgehen zu können. Da diese Fähigkeiten in der Fachliteratur mit englischen Termini beschrieben werden, wollen wir diese auch hier verwenden. Einfach um die Übertragbarkeit und die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Doch zunächst gilt es, darauf hinzuweisen, dass von den drei genannten Fähigkeiten die sogenannte emotionale Ansteckung unterschieden werden muss. Die emotionale Ansteckung, die wir bei Säuglingen und Kleidkindern beobachten können, ist eine Art Vorstufe zur Empathie. Bei dieser Vorstufe, das ist wichtig, ist die Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, das heißt zwischen dem Selbst und dem Anderen, noch nicht ausgeprägt, noch nicht vorhanden. Genau das ist das Kennzeichen der genannten drei Systeme. Empathie, Englisch Empathy, Perspektivenübernahme, Englisch Theory of Mind und das Fürsorge- bzw. Mitgefühlssystem, das mit Care System oder einfach Compassion übersetzt wird. Um Mitgefühl oder Compassion besser verstehen und einordnen zu können, wollen wir es mit der Empathie und der Theory of Mind vergleichen und es zugleich von diesen abgrenzen. Starten wir mit der kognitiven Fähigkeit des Menschen, Rückschlüsse auf die Gedanken, auf die Überzeugungen und Intentionen anderer Menschen zu ziehen. Wir sprechen im Deutschen von der kognitiven Perspektivenübernahme. Viele Autoren bezeichnen diese Fähigkeit auch als Mentalisierungsfähigkeit oder einfach als Mentalisieren. Meist aber wird der englische Fachbegriff Theory of Mind gebraucht. Die Bezeichnung kognitive Empathie findet sich ebenfalls, wird aber von Empathieforschern nicht so gern verwendet, da diese bemüht sind, den Empathiebegriff auf tatsächlich emotionale Prozesse im engeren Sinne anzuwenden. Die Fähigkeit der Theory of Mind, die sich bei Menschen vor allem zwischen dem knapp vierten und sechsten Lebensjahr entfaltet, macht es möglich zu verstehen, dass andere Menschen andere Ansichten haben als man selbst. Es ermöglicht eine Perspektivenübernahme, einen Perspektivenwechsel in die Gedanken, Intentionen und Glaubenssätze anderer Menschen. Es beschreibt gleichsam die Fähigkeit, den sozial-situativen Bezugsrahmen zu reflektieren. Anders die Empathie. Sie stellt die Fähigkeit dar, die Gefühle anderer zu teilen. Sie ermöglicht es uns, mit den positiven und negativen Gefühlen anderer mitzufühlen. Wir können Glücksgefühle haben, wenn wir die Freude anderer teilen. Und wir können Leid verspüren, wenn wir uns mit jemandem einfühlen oder in jemanden einfühlen, der Not leidet. Es ist ein Mitschwingen, ein Inresonanz gehen. Dabei aber wissend, dass die Quelle der Gefühle die andere Person ist. Doch diese Abgrenzung kann bei dem sogenannten empathischen Stress sehr wohl auch verschwimmen. Ich betone noch einmal, Empathie ist ein Fühlen mit jemandem. Englisch Feeling with someone. Wenn Glücksgefühle geteilt werden, so unterstützt dies ein Wohlbehagen und somit einen angenehmen Zustand. Anders, ganz anders, stellt es sich dar, wenn Leid und Schmerz geteilt werden. Vor allem, wenn die Unterscheidung zwischen Selbst und Fremd verschwimmt. Dies droht, wenn Empathie in empathischen Stress übergeht. Das wiederum droht insbesondere bei Personen, die in helfenden, in therapeutischen und beratenden Berufen tätig sind. Der tägliche Umgang mit Angst, mit Leid, Verzweiflung und Schmerz kann kumulativ zu einer Überforderung führen oder eigene, persönliche Vulnerabilitäten und traumatische Erfahrungen reaktivieren. Um ein übermäßiges Teilen von Leid und Schmerz und somit die Ausbildung einer empathischen Stressbelastung zu vermeiden, bietet sich das Mitgefühl als Reaktionsmuster auf fremdes Leid an. Im Gegensatz zur Empathie bedeutet Mitgefühl nicht, das Leiden des Anderen zu teilen. Es ist vielmehr gekennzeichnet durch Gefühle der Zugewandtheit, der Wärme, der Sorge und der Fürsorge für den Anderen. Begleitet wird es, und das gilt es zu betonen, durch eine starke Motivation, das Wohlergehen des Anderen zu verbessern. Mitgefühl bedeutet, für den Anderen zu fühlen und nicht mit ihm. Feeling for someone. Eine empathische Reaktion auf Leiden und Schmerz kann demnach zu zwei Arten von Reaktionen führen. Zum einen zur reinen Empathie. Das droht insbesondere dann, wenn im Rahmen professioneller, helfender und beratender Berufe die helfende Person mit schmerzhaften, leidvollen Emotionen und Bildern überflutet wird. Beziehungsweise wenn eigene traumatische Wunden wieder aufgerissen werden. Der empathische Stress führt dann zu einer aversiven, einer selbstbezogenen Reaktion auf das Leiden anderer. Da nun der Fokus der inneren Betrachtung nicht mehr beim Gegenüber, sondern beim eigenen Schmerz liegt, wächst der Antrieb, sich aus der belastenden Situation zurückzuziehen. Man sucht nach Wegen, sich vor übermäßigen, negativen Gefühlen zu schützen. Davon zu unterscheiden, das Mitgefühl, Compassion. Es wird als ein Gefühl der Sorge um das Leiden einer anderen Person verstanden. Dieses geht einher mit der Motivation zu helfen. Folglich wird es mit Annäherung und einer prosozialen Motivation in Verbindung gebracht. Diese psychologischen Dimensionen, sie lassen sich auch neurobiologisch bestätigen. Das heißt, den unterschiedlichen Systemen Empathy, Theory of Mind und Compassion liegen tatsächlich auch unterschiedliche neuronale Netzwerke zugrunde. In der Darstellung neben mir erscheinen die Empathienetzwerke für Schmerz als blau gekennzeichnet. Die Theory of Mind-Netzwerke sind grün und die Compassion-Netzwerke rot dargestellt. Das Mitfühlen mit den Gefühlen einer anderen Person, die Empathie, sie geht einher mit der Aktivierung neuronaler Netzwerke, die auch das Erleben dieser Gefühle in der ersten Person unterstützen. Um den recht umstrittenen Begriff der Spiegelneurone zu vermeiden, wird hier mit Tanja Singer der Begriff der gemeinsamen oder geteilten neuronalen Netzwerke verwendet. Die geteilten Netzwerke, die der empathischen Erfahrung jeweils zugrunde liegen. Meta-Analysen von Studien zur Empathie bei Schmerzen haben beispielsweise ergeben, dass ein Teil der vorderen Insula und ein bestimmter Teil des anterioren zingulären Kortex durchgängig aktiviert wurden und zwar sowohl beim Erleben von Schmerzen als auch beim Mitfühlen mit dem Schmerz anderer. Die empathischen Hirnreaktionen können dabei durch zahlreiche Faktoren moduliert werden. Das reicht von personenspezifischen Merkmalen, wie zum Beispiel dem Geschlecht, bis hin zu kontextspezifischen Faktoren. Wir sehen auch hier, dass weit verteilte Netzwerke, die sich hier aufgeführten, noch unterstützen können. Das auf Mitgefühl bezogene Hirnnetzwerk unterscheidet sich nun von den Empathienetzwerken für Schmerz und Leid. Hier zeigen sich, und das ist wirklich erstaunlich, Dopaminergezentren wie das VTA und die Substantia Nigra, aber auch der Nucleus Accumbens, der auch ventrales Steatum genannt wird, sowie der mediale orbitofrontale Kortex beteiligt. Diese Zentren sind Bestandteile des sogenannten Belohnungssystems. Das heißt, mitfühlende Reaktionen beruhen auf positiven, auf den anderen ausgerichteten Gefühlen und der Aktivierung pro sozialer Motivation und Verhaltensweisen. Es gilt also, zwischen Empathie und Mitgefühl sowohl auf psychologischer als auch auf neurobiologischer Ebene zu unterscheiden. Die intensive Konfrontation mit der Not, dem Schmerz und dem Leiden anderer Menschen kann zu empathischem Stress führen. Dieser geht einher mit negativen Gefühlen und ist mit dem Rückzug verbunden. Wenn es zu einer Chronifizierung kommt, führt empathischer Stress auch zu negativen gesundheitlichen Folgen und es droht ein Burnout. Insbesondere therapeutisch helfende Berufsgruppen sollten auf dem Fundament der Empathie sehr wohl das Mitgefühls- und Fürsorgesystem nutzen, um Menschen professionell zu begleiten und zugleich sich selbst zu schützen. Mit den Worten von Tanja Singer, wenn wir für eine Person, die traurig ist, Empathie empfinden, fühlen auch wir uns traurig. Bringen wir ihr Mitgefühl entgegen, empfinden wir stattdessen teilnehmende Sorge für diese Person und zugleich die Motivation, ihr Gutes zukommen zu lassen, ihr Leid zu lindern. Mitgefühl gibt uns also die Möglichkeit, auf das Leiden mit Geduld und Güte zu reagieren, anstatt mit Angst und Abwehr. Mitgefühl offenbart sehr wohl die Wirklichkeit des Leidens, hält aber etwas Distanz ein und sucht, vom dopaminergen System aktiviert, zugleich nach Wegen, die zu einer Linderung führen. Eine Frage, die gerade für helfende Berufe von Interesse ist, ist die Frage nach der Veränderbarkeit der beschriebenen Systeme und Netzwerke. Sind das Empathie, Theory of Mind und Care System einmal etabliert, dann stabil oder können sie verändert werden, sprich erweitert werden? In einer groß angelegten Untersuchung hat ein Team um Tanja Singer die Wirkung von unterschiedlichen mentalen Trainingstechniken auf eben diese Netzwerke untersucht. Trainiert wurden in jeweils drei monatigen Zyklen die Aufmerksamkeit bzw. Präsenz, die Perspektivübernahme und als affektiver Anteil das Mitgefühl. Die Ergebnisse waren faszinierend. Es zeigte sich, dass die jeweiligen Trainingsmodule zu je spezifischen strukturellen Veränderungen im Gehirn geführt haben. Das heißt, die Netzwerke, die der Verarbeitung von Aufmerksamkeit, Theory of Mind und Mitgefühl zugrunde liegen, wurden von dem jeweiligen Trainingsmodul und nur von diesem eben hoch spezifisch verändert. So ließ zum Beispiel das Mitgefühlstraining genau die Netzwerke wachsen, die die neuronale Grundlage des Care Systems darstellen. Wobei hier der Übergang zum Empathiesystem ein fließender ist. Gemessen wurden die Erfolge jeweils an der kortikalen Dicke der jeweiligen Regionen und die nahmen durch das Training tatsächlich zu. Es konnte also nachgewiesen werden, dass das soziale Gehirn von erwachsenen Menschen noch plastisch ist und somit trainiert und entwickelt werden kann. Eine wahrlich wichtige Botschaft. Eine letzte Anmerkung. Es lässt sich beobachten, dass es vielen Menschen in unserer Gesellschaft leichter fällt, Mitgefühl mit anderen zu empfinden als mit sich selbst. Die Grundlage für Mitgefühl ist nicht zuletzt nicht zuletzt die Selbstakzeptanz. Je mehr wir uns selbst akzeptieren und positive Empfindungen für uns selbst hegen, desto größer auch unsere Möglichkeit, Mitgefühl anderen gegenüber zu empfinden. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020